Ladybug, Rina Rouge, Carapace, wie seid ihr hier reingekommen? Hallo, Cat Noir. Tut mir leid, ich hätte dich geholt, wenn ich deine wahre Identität kennen würde. Wie sag ich immer, Milady? Mich zu kennen bedeutet, mich zu lieben. Dann überlege ich's mir nochmal. Rina Rouge, Carapace, bleib hier, Cat Noir. Bin gleich zurück. Es war so einfach, die Superschurken zu besiegen. Und zwar, weil sie gute Partner hatte. Gut gemacht, verwandle mich zurück. Ich versteh das nicht. Ich musste ja noch nicht mal meinen Glücksbringer benutzen. Normalerweise schaffe ich es nur damit, den Superschurken zu besiegen. Unsere Falle ist soeben zugeschnappt, Ladybug. Diesmal brauch ich ihn wohl nur, um alles zu reparieren. Piu, 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 piu. Wir müssen jetzt noch sehr viel vorsichtiger sein. Shadow Moth kennt die wahre Identität von ein paar Leuten, den ich an Miraculous gegeben hab. Und offensichtlich nutzt er diese Information. So ist es doch, nicht wahr? Shadow Moth? Tut mir leid, Aya. Halt dich lieber von ihm fern. Das ist nicht Nino. Das ist ein Sentimonster. Hä? Das ist unmöglich. Wie hat sie das rausgefunden? Zerstör das hier für mich. In Ordnung? Aber das ist ein Miraculous. Vertrau mir. Eines Tages kriege ich dich noch, Ladybug. Du wirst nicht mehr länger benötigt.